willkommen zurück zu so weiter geht's können ja schon mit ihr könnt das schon hier mit dem schiff der wahlbund sie wieder und wann das hinschippen da oben noch was ist auch noch was hinten nicht nur was hier nicht nach irgendwo hier oben na ja genau er kann auch hier sehen genau bei quest für noch ein weg und witte um irgendwo sein und gewölbe hier knallt markierungen aussichtspunkte hier habe ich aber schon sehen auch da gibt es wieder karten für im internet kein thema im mundus stein ja drei himmelsschirken noch vier bücher nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht ich habe gehört ihr hättet dem reichmann in strahl eine blutige neuerin ja und da wäre eine quest fertig ich verstehe nicht einige sagen was denn ja mal auch fertig die z bleibt zu 27 schlecht so reich mit in der nähe hallo lasst uns hoffen dass das funktioniert ja dann hau mal rein gut in ordnung da es gibt noch die grotte von hektar hallo ja halten wir auch wir halten ihn auf holten fest ich bin schnurfer worden das schlurfer ganz im dunkel aus achi nur mal achi nur mal ja 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 ich schlafen ich bin müde und alles klar ich bin mir wohl zu ja so überratend ja auch sein ich fürchte wir können ja das ist auch kümmer auch machen sage platt komm uns die kurze kurze von hektar eben sehr schön heimat der verband nach ok hier was neues gelernt nach dem schatten ich hatte ein bisschen viel da wo ich geht jetzt auch schatten ich wusste dass wir nicht zu viel glück haben werden der schatten hat den weg versperrt mal sehen diese podeste sehen aus als wären sie noch aktiv ja ich weiß was zu tun okay okay hey okay wir brauchen die schlüsselste ja 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 machen wir schon drei stück auch dieses wäre sonst so einfach dass sie schön sind schön zu sein und wenn es so einfach wäre ja ist ja immer so hey waffen kammer hmm waffen ja hämmer wohl der hammer und da sind wir ok ja ich gehe weiter ich gehe weiter ja hallo hallo buch ist da ist er der erste ich sehe gerade was schlimmes ganz schlimmes muss gegenstände wo sollt ihr kapitel ist er ist er genau da werdet ja es ging stände nicht lernen ohne nicht nein nein oh sorry ja genau machen wir das haben wir jetzt genug noch 140 stück kann man schlüsselstein ja ich warne euch sterbliche der nähmern dem ihr zuvor gegenüber standen wurde von angst und sterblichkeit gefesselt diese einschränkungen habe ich nicht mehr interessiert das alle 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 geistermäßig waren das ich bin ich mit dem stofflichen bild ich bin ich gerade alles klappt ah kein problem hallo äh das habe ich von der stofflichen wird das glätt naja ein bisschen das ist doch hat er ja auch oh weiter geht's hallo so na die tänzende ausdauer das gibt es schön kurz gucken ey ich bin kurz in ruhe mein gott ich bin ruhig sein in eine ausrüstung nachschauen macht und in winter die tänzen hände schwer rube du leder war ja mittel genau rube du leder hier genau alles klar ja ich bin ja wo ist miri miri ist weg ich bin mal so auf wie ich bin ich bin ich bin hier rein oder wie oder was meine miri bei nummer eins haben wir schon mal für bräuchte die drei bräuchten und wir haben schatten reich deswegen ist die mir weg immer so von aus wenn man ja noch leider nicht so schlimm und messen oder zieht abbreitung anstoch was für ein gewächshaus natürlich irgendwie sowas ja haupt und doch nix maximale magiker die schaden warum nicht ein schlusser vom bogen ist auch ein kleiner bach die netzku in einem bogen hat krachtleder pitzen wir machen senkel geht dann habe ich aber auch noch egal alle platzikowski hallo kobold hallo spieler das müde muss ich ein bisschen ausbinden bis nächste kommt witzel hier ach der ist ja schon gleich wieder eine stoff will zurück wieder durch kämpfen auch nicht so was hier aber rettum schlüssel schneiden ihr werft euer leben vergeblich weg das herz ist schon daran könnt ihr jetzt nichts ich dachte ich muss gegen einen ganzen skelette kämpfen jetzt werden sie viel geworden ja genau hier komme ich hier gemacht hier wird zurück warum nicht noch so ein stück träger das macht sie nicht nur mal kollege sehen wir auch gleich raus die sind auch überall so sind wir hier auch schon beruhig nach dem dritten auch noch machen wir das auch fertig geht der fix wollte ich so lange von daher alles gut wo dessen mit bei dem reden schließen kann ich nicht mehr machen er kann sich bewegen hier ist es hier ist es in der nähe los schneller jetzt muss ich noch ja recht genau im osten nein im osten nichts neues er will ja auch ein ein mir ist sie gestorben hat auch seine gefärten weil komisch ritualkammer von hat wenn er ritualkammer hier haben wir die drei schlüssel steine auf fertig und dann haben wir die drei schlüssel steine auf ein kugel wird immer stehen hier steht noch früh genug keine würde ist das schon betreut stein flüstel stein entschuldigung dann spürt man den angesammelten zorn machen mal keine sorge also nicht mal sehen und auch nicht viel Hallo? Auch erledigt? Äh. den wollen wir eben platzieren auch jetzt raus und davon hekt ein immer alle drei schlüsselsteine platzieren ja wir können machen wir noch den bus machen wir noch hier wenn sie so vieles überziehe ich heute mal ein bisschen egal wo sie sind eine kammer wahrscheinlich nur raus durch bis zum bus mit was das mag muss von schatten das ist ja schon schon wieder an um nach ihrer pfeife zu feiern wird noch früh genug gast bekommen was sie verdient wer hält so ein schul vorwärts auch nicht gut auch in mir künft auch mit und schluss auch erledigt was man in der nie und schieß ein schöner abschluss sei mit mir ich hoffe das klappt es funktioniert nur noch ein bisschen in der nähe was los was ist hier geschehen in den hier ist vielleicht sollte die ein paar schritte zurücktreten was passiert jetzt bitte zum bäscher oder wird das war ein herz es hat in den hier gerettet gerettet der wahl im wald hat ihn zurückgebracht nach was ist geschehen in den hier seid ihr seid ihr seid der silvina als der letzte ich werde informieren bestimmt ist er inzwischen in der grotte bei den dämmer ranken da gehen wir eben raus und auch königin eilen muss informiert werden das war es dann auch hier raus und dann haben wir auch das erfolgreich abgeschlossen die grotte von hektar ach die stehen sie alle ok aber nie mit dem rennen wir erst in der nächsten folge von eh so dahin schön mit